Früher war es ja extrem, wegen KuchenTV und allem Unter anderem, ja Ja, und ich hätte noch eine Frage Äh, nicht schon wieder Was hältst du so von dem Islam und so, also Kritische Frage, Alter Medienlord Offline? Hä? What the fuck is that denn? Warte mal, muss ich mal kurz gucken, Moment Oh, er hat ein Band kassiert Okay Metal Leute, ich bin neu hier und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal Drachnord hatte gegen 12.40 Uhr wieder angefangen zu streamen und Ich weiß nicht, Mittagspause ist da normalerweise schon rum und Ich weiß nicht, Menschen, die arbeiten gehen oder zur Schule gehen oder sowas Die sind da normalerweise nicht da, vor allem unter der Woche nicht Das wird ein wenig schwierig Aber Drachnord denkt wahrscheinlich immer noch, dass wir Sonntag haben Denn er sagt ja vorgestern, dass wir Freitag hätten Aber da hatten wir eigentlich Samstag gehabt Aber egal, ähm, in seiner Welt ist sowieso alles anders Deswegen, keine Ahnung Unser Lieblingslord ohne Ford hat wahrscheinlich wieder für sieben Tage ein Band kassiert Weil wir kennen alle seine Streams mittlerweile Und die haben sich im Gegensatz zu früher auch überhaupt nicht verändert Und Drachnord hat sich auch nicht verändert Wenn wir die letzten Discord-Leaks von Die Mütigung Nicht Demon Ah, der ist ja nicht Demon, ist eine ganz andere Person Ja, wen ich mitgehört habe Der hat sich wirklich überhaupt nicht verändert Der ist wie immer nur am Beleidigen Der ist wie immer nur am Rumflame Der erzählt die gleichen Lügengeschichten wie eh und je Der erzählt immer noch Aus Außenstehgreif Da zieht er sich einfach irgendeinen Käse von oben herab Und Versucht irgendwas zu erzählen Obwohl er nichts zu erzählen hat Wir haben zum Beispiel letztens wieder Ich hab dir ja heute wieder ein Video hochgeladen Hat er wieder versucht über Diät und Gesundheit zu reden Ja, ähm Genau Genau der richtige Rede darüber Egal Warum Drachennord's Beam jetzt aber wahrscheinlich gesperrt wurde Und der wahrscheinlich wieder vor eine Woche warten muss Es ist eigentlich logisch Der ist wie immer nur durchgehend am Beleidigen Der ist wirklich unverschämt zu seinen Zuschauern Der Ich möchte vielleicht sogar in den Raum stellen Dass er vielleicht sogar seine bezahlenden Zuschauer Tatsächlich betrügt Die bezahlen zum Beispiel für ein Bezahl-Chat Die schreiben einen Kommentar und werden dann direkt gebannt Ein Beispiel Oder er macht eine Ankündigung Was macht er dann noch? Naja, er macht dann nichts mehr Er macht die Ankündigung, das war's dann Und dann Ist es halt weg Was macht er denn alles noch? Der hat im gestrigen Stream zum Beispiel auch diese Ihr habt's vielleicht ganz am Ende des Streams zweimal gehört Da hat man komische Geräusche gehört Das war so ein Gestöhne Kennt man aus irgendwelchen animierten Mangas Oder man nennt die auch So, so Pornografische Animes Ihr wisst schon Dieses Wort, das mit H anfängt Und mit Entei Also wie dieses Pokémon halt aufhört Aber halt zusammengeschrieben Ihr kennt das vielleicht so aus der Arsche Internets Ähm, das hat man auf jeden Fall gehört Und das war halt Rumgestöhne Was er halt auch noch immer sehr gerne macht Ist halt Brüllheulen Wenn er die Schallplatte aufspielt Das ist im Grunde Stilles Brüllheulen Wenn er zum Beispiel gegen Ofen, Käse und Mimon Hat wirklich direkt beleidigt Das ist halt wirklich Richtige Hassrede, was er betreibt Und das nächste ist ja auch Der leagt einfach ganz wild Irgendwelche fremde Leute Der hat im heutigen Stream Ich hab das zum Beispiel auf Twitter mitbekommen Ich hab den heutigen Stream aber nicht gesehen Weil Keine Ahnung Ähm, es gibt Leute, die haben Privatleben Ähm Ich habe gesehen Dass er einfach mit seinem Handy Ein Gesicht gezeigt hatte Mit dem er halt telefonierte Das macht man eigentlich nicht Wenn er die Facecam eigentlich Nicht auf TikTok zeigt Das ist nämlich Eigentlich Hundbruch der Privatsphäre Aber das ist eben Lord ohne Ford Ja völlig egal Das sind ja alles Hater Wenn man eine normale Frage stellt Wie zum Beispiel Was ist dein Lieblingsessen? Das ist eine Hatefrage Weil nur Hater stellen solche Fragen Das weiß man doch Deswegen ist alles Was sehr anderen Leute bringt Ob das jetzt Hater sind Oder ob das jetzt normale Leute sind Die seit ein paar Tagen dabei sind Und halt etwas über Drachenlord wissen möchten Das sind alles durchweg Hater Leute Merkt euch das mal Ihr stellt Drachenlord gefälligst Keine Fragen Die er vielleicht mal vor sieben Jahren Mal beantwortet hat Ja, er hat zum Beispiel Kein Lieblingsding Ja Oder Ja, aber was hat er gestern Zum Beispiel gemacht Das interessiert euch auch nicht Weil das ist Privatsache Oder was hat er zum Beispiel Als Frühstück gegessen Zum Frühstück gegessen Das hat er im gestern Irgendwie auch als Beispiel angebracht Ey Soll er da stundenlang Nur darüber reden Stellt euch mal Stellt euch mal neue Fragen Stellt doch einfach mal Neue Fragen Leute Aber da haben wir ein Problem Äh, wenn ihr eine neue Frage stellt Dann ist es eine Hate-Frage Aber wenn es keine Hate-Frage ist Dann Wurde die ja schon ewig lang Ja irgendwann mal beantwortet Irgendwann in seiner Ganz, ganz, ganz erfolgreichen YouTube-Karriere Und die Videos Die sind teilweise Ja schon lange Nicht immer aufrufbar Ähm Rein alle Denkt sich hier halt wirklich Also hier Da oben Er denkt sich da halt wirklich Dass die Dass wirklich alle Zuschauer Schon seit Anfang des Games Dabei sind Ich glaube das denkt er sich wirklich Warum Warum Ich verstehe es nicht Das geht Das geht In meine Rübe da nicht rein Ich verstehe es nicht Warum Die meisten Zuschauer Die aktuell auf TikTok hat Und die wirklich bei dem Ein Bezahl-Abo reingeschmast haben Oder mit dem halt reden wollen Die sind Weniger Als paar Monate dabei Das kann ich ihr versprechen Und die anderen Leute Die halt wirklich Ein sehr Ähm Eine sehr tiefe Diskussion Mit Drachenlord eingehen Die kennt Drachenlord schon In der Regel eigentlich schon Etwas Besser Weil die halt versuchen Bei dem lieben Rainerle Halt einen Trägerpunkt zu finden Und die richtigen Fragen Auszuquetschen Das endet aber in der Regel so Dass die Leute Naja am Ende von Drachenlord Einfach als Hater abgestempelt werden Obwohl die nicht mal Irgendeine ganz ganz böse Frage gestellt haben Und Dann werden die dann einfach gebannt Du bezahlst bei dem 6 Euro Um einen Kommentar zu schreiben Und dann instant gebannt zu werden Und dabei bist du nicht mal ein Hater Und es gibt draußen immer noch Leute Die finden Diesen Typen Ja also Den lieben Rainerle Den finden die voll sympathisch Und Die sehen den an Übelst krasses Mobbingopfer Weil Es gibt da Leute Die ihn kritisieren Es gibt da Leute Die seine Taten kritisieren Nach wie vor Natürlich gibt es ein paar Leute Die ist vielleicht ein wenig Über die Stränge geschlagen Aber es sind Hauptsächlich Leute Die einfach seine Videos Einfach nehmen Dazu einfach einen Kommentar abgeben Das keine Beleidigung ist Oder so ein Quatsch Sondern es einfach Aufzeigen Warum der sich da widerspricht Warum der halt Vielleicht etwas Blödsinn erzählt Und warum man den Vielleicht einfach Nicht glauben sollte Nur so Nur so Nebenbei Das Ja Das ist meine Meinung Ich kann mich ja natürlich irren Ich möchte euch hier an der Stelle Ganz kurz die TikTok TOS zeigen Damit ihr Bescheid wisst Warum Drachenlord jetzt eigentlich Von TikTok jetzt gesperrt wurde Und immer noch wird Und das wird sich noch ein paar Mal Wiederholen Nicht weil ich das sage Sondern weil Drachenlord eben Das bringt Was er nun mal bringt Um es kurz zu fassen Und nicht hier alles unnötig In die Länge zu ziehen Welche ich einfach mal ganz grob sagen Gegen was er hier alles verstößt Gewalttätiges Verhalten Und Straftaten Der ist verbal gewalttätig Zwar nicht körperlich Aber verbal Und verbale Gewalt Ist auch ein gewalttätiges Verhalten Beispiel Er schießt gegen Mimon und Ofenkäse Punkt Hat er schon mal dagegen gebrochen Hassrede oder hasserfülltes Verhalten Der setzt die Schadplatte auf Und beleidigt einfach die ganzen Hater Beleidigt Ofenkäse Beleidigt Mimon Beleidigt einfach alle Wo er der Meinung ist Ja die sind Hater Gewaltbereit und hasserfüllte Organisationen Individuieren Das trifft natürlich nicht zu Ausbeutung und Missbrauch Minderjähriger Ähm Das ist Schwierig Ähm Da steht hier tatsächlich Nochmal etwas hier unten Ausbeutung von Menschen Man kann das vielleicht sogar Ein wenig zusammen nehmen Unter Betrug Ähm Wie gesagt Leute bezahlen bei dem Geld Leute hoffen mit dem Irgendwie in Kontakt zu treten Und die werden einfach gebannt Ne Sexuelle Ausbeutung Geschlechtsspezifische Gewalt Drachenlord ist manchmal Etwas Auf TikTok hält er sich Ein wenig zurück Aber auf TikTok Ist er trotzdem Ein kleines Bisschen Frauenfeindlich Das habe ich schon mitbekommen Das hält sich wirklich Ziemlich stark im Hintergrund Wenn man das mit normalerweise vergleicht Ähm Da gebt sich hier auch Mühe Ihr habt das wahrscheinlich auch schon mitbekommen Gleichberechtigung Da nimmt er mal ein Männchen ran Da mal ein Weibchen Funktioniert erstmal sehr gut Zweitens ist das einfach nur ein billiger Vorwand Um Gleichberechtigung irgendwie vorzugaukeln Es ist ihm halt wirklich in der Regel scheißegal Ganz ehrlich Ähm Der behandelt Frauen Ganz anders Als Männer auf TikTok Das merkt man sowohl an seiner Mimik Das merkt man sowohl an seinen verbalen Verhalten Und auch an seinem Paraverbalen Verhalten Das ist sehr sehr wichtig zu erwähnen Belästigung und Mobbing ist bei dem eigentlich die ganze Zeit Also wirklich non-stop am Start Weil der nur am Beleidigen ist Der ist nur am Hetzen Und das zählt eigentlich auch schon teilweise unter Mobbing Wie oft er teilweise auch Ofenkäse in seinen Videos erwähnt Und beleidigt gleich Das geht auch von Mimern nach wie vor Mich hat er auch schon erwähnt Aber halt nur einmal Wo ich den halt restreamt habe Und auf seinen Stream reagierte Das was er in seinen Streams macht Das ist ziemlich oft Mobbing Auch wenn viele das nicht einsehen wollen Das ist oft Belästigung und Mobbing Alle Punkte in diesem Menü hier Die treffen überhaupt nicht zu Aber was hier zu trifft Sind sexuelle Handlungen und Dienstleistungen Was wir nämlich gestern hatten Ist zum Beispiel auch das Bildchen Rumgestöhne Das reicht auf TikTok aus Um gebannt zu werden Wenn ihr auf TikTok aus irgendwelchen Gründen Warum auch immer Streamen solltet Oder irgendwas hochladen solltet Auf der Seite Ey Macht dort überhaupt gar nichts Was irgendwas mit Sex zu tun hat Wirklich Das hat auf der Seite TikTok überhaupt nichts verloren Der Grund ist nämlich der Auf der Seite sind extrem viele Minderjährige unterwegs Ihr wisst das vielleicht auch Deswegen versucht TikTok Beziehungsweise die Leute von TikTok Die sich um diese Seite kümmern Die versuchen diese Seite So kinderfreundlich wie nur möglich zu halten Ähm Dass das nicht funktioniert Sollte logisch sein Weil diese Seite einfach gigantisch ist Aber Die sind diesbezüglich halt wirklich Sehr 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 empfindlich Gleiches geht übrigens Auf sexuelle Anzügliche Inhalte Das kann man hier eigentlich Auch ein wenig zusammenfassen Was hier auch noch zutreffen könnte Wäre auch Fehlinformationen Hashtag Ankündigungslord Der kündigt irgendwas an Und dann macht er es nicht Das war's Ja Muss man dazu nicht sagen Was auch noch zutreffen kann Ist Spam und betrügerische Verhaltensweisen Von Konten Also Sein Konto Und sein Nebenkonto Denn wir wissen ja schon mittlerweile Wenn er sein Hauptkonto halt Ein Zweck kassiert hat Dann geht er einfach auf sein Nebenkonto Und macht dort einfach weiter Warum der das aber dann nur einmal gemacht hat Und danach nie wieder Das ist ganz simpel der Grund Er verdient auf sein Nebenaccount Halt kein Geld Deswegen macht er über diesen Account Auch nichts Das ist ganz ganz simpel Weswegen wir wahrscheinlich Damit rechnen können In dieser Zeit Wo er jetzt diese eine Woche aussitzen muss Wird er auf seinem Blog Wieder aktiv werden Und dort wieder irgendwas schreiben Weil normalerweise Da hat er überhaupt keine Zeit Sich mal für 5 oder 10 Minuten Mal für seinen Blog hinzusetzen Und dann mal irgendwas Auf der Tastatur hinzuhotzen Na ja Da hat er überhaupt nicht die Zeit zu Aber auf TikTok Für 2 bis 3 Stunden zu sitzen Und zu brüllholen Wie scheiße doch die ganzen Hater sind Da hat er die Zeit Hallo Leute Ich bin neu hier Ne bevor ich das Video jetzt beende Ich möchte euch mal fragen Gefällt euch diese Facecam hier? Gefällt euch das? Ich hab keine Ahnung Ich frag euch einfach mal ganz stumpf Hier in die Kommentare rein Weil Ich find das eigentlich ganz nice Das macht mir Spaß Ich hab einfach mal So diesen ganz stumpfen Greenscreen angemacht Was ich hier verwende Ich hab hier kein Greenscreen hinter mir aufgehangen Deswegen ist er hier auch relativ schäbig Das benutzt übrigens auch einer Falls ihr es wissen möchtet Es gibt ein Programm Das nennt sich Envide Broadcast Und das hat eine kleine Ei drin Damit kannst du halt diesen lustigen Greenscreen Effekt machen Der schneid dich dann automatisch aus Und dann kannst du dir so einen lustigen Hintergrund setzen Aber vielleicht gefällt es euch Vielleicht nicht Schreibt es einfach in die Kommentare Macht ordentlich Radau 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 Was auch immer Was Rainer eigentlich auch machen können Das fällt mir grad nicht da ein Also mal gerade eben so nebenbei Wir haben draußen mittlerweile so geiles Wetter Warum hockt er nur in Mayons Keller Und streamt von dort aus Oder warum macht er nicht einfach mal irgendwelche Steams Von da draußen Einfach mal so Er macht einfach wie der Drache läuft Weißt du Der geht einfach draußen so für ungefähr 10 Minuten Oder sowas Labert vor sich Oder von mir aus für eine Stunde Was auch immer Und zeigt dann einfach der Welt Ey guck mal der will abnehmen Aber nö Macht er nicht Weil Naja Die ganzen bösen Bösen Haters Die immer Neben denen stehen Und Hier Beim Kopf und so Aber da muss er echt aufpassen Der hat in so viele Waffenläufe gehockt In seinem Leben Das ist Boah Richtig hartkehren Aber Naja Deswegen versteckt er sich einfach im Keller Damit er nicht gefunden wird Und Er seine ganzen Mitmenschen Nicht irgendwie Auch mit in die Scheiße reitet Denn wenn er draußen irgendwo im Wald ist Und dort hin und her wongelt Ich weiß nicht Da sind so viele Menschen unterwegs Naja Muss der wissen Naja Der weiß mir immer alles besser Und von daher Wissen wir Bescheid Wie gesagt Lass mal einen Kommentar Zu diesem Greenscreen hier da Wenn ihr es mögt Schreibt es rein Wenn ihr es nicht mögt Schreibt es auch rein Aber ich finde ihn eigentlich ganz nett Wie gesagt Und dann würde ich die andere Stelle auch sagen Ich hab euch lieb Kuss auf Nuss Metal auf Und bis in den nächsten Mal Wisst ihr Bescheid Und Bis in den nächsten Video Oder bis zum Stream heute Abend Dansk Hulscher Dansk Hulscher Dansk Hulscher Dansk Hulscher Dansk Hulscher Dansk Hulscher